18. Kapitel Das Bedeutendste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamkeit beobachteten, war, dass Ottilie den Koffer zum ersten Mal ausgepackt und daraus Verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als sie das Übrige mit Beihülfe Nannis wieder einpacken wollte, konnte sie kaum damit zustande kommen. Der Raum war übervoll, obgleich schon ein Teil herausgenommen war. Das junge, habgierige Mädchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch für alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt fand. Schuhe, Strümpfe, Strumpfbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese verweigerte es, zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungeschickt zugriff und mit der Beute gleich davonlief, um den übrigen Hausgenossen ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen. Zuletzt gelang es Ottilien, alles sorgfältig wieder einzuschichten. Sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch eins fügte sie hinzu, es war das Porträt ihres Vaters und verschloss das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldenen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing. Mancherlei Hoffnungen waren indes in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen, denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesicht schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wusste, dass Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hinbrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt. Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wusste nur zu wohl, dass es einen gewissen Moment gibt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen, so wie ihre Weigerung, legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen. Er hoffte, das Schicksal des guten Mädchens auf irgendeine andere günstige Weise zu bestimmen. Er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf. Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlass fand, sein Räsonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich und wenn er mit anderen war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie, brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutzte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte. Den Abend vor Eduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen. Mittler ging im Zimmer auf und ab. Ottilie war auf dem Ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck auseinanderlegend und ihre Mädchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen Anordnungen geschickt befolgte. Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, dass sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Völker nichts ungeschickter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus tätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, so fährt er gleich dahinterher, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, bis ich die entgegengesetzte Tugend gebieten kann, als dass ich den Fehler loswürde und nichts Rechtes an seiner Stelle sehe. Der Mensch tut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann. Er tut es, damit er was zu tun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vornimmt. Wie verdrießlich ist mir es oft mit anzuhören, wie man die zehn Gebote in der Kinderlehre wiederholen lässt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches, vernünftiges, gebietendes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Nun aber das Fünfte. Was soll man dazu sagen? Du sollst nicht töten. Als wenn irgendein Mensch im Mindesten Lust hätte, den anderen totzuschlagen. Man hasst einen, man erzürnt sich, man übereilt sich. Und in Gefolg von dem und manchem anderen kann es wohl kommen, dass man gelegentlich einen tot schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Totschlag zu verbieten? Wenn es hieße, sorge für das anderen Leben, entferne, was ihm schädlich sein kann, rette ihn mit deiner eigenen Gefahr. Wenn du ihn beschädigst, denke, dass du dich selbst beschädigst. Das sind Gebote, wie sie unter gebildeten, vernünftigen Völkern statt haben und die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in dem Was ist das nachschleppt? Und nun gar das Sechste. Das finde ich ganz abscheulich. Was? Die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen aufregen, die gerade das, was man entfernen will, mit Gewalt heranbringen. Weit besser wäre es, dass dergleichen von einem heimlichen Gericht willkürlich bestraft würde, als dass man vor Kirch und Gemeinde davon plappern lässt. In dem Augenblick trat Ottilie herein. Du sollst nicht Ehe brechen, fuhr Mittler fort. Wie grob, wie unanständig. Klänge ist nicht ganz anders, wenn es hieße, Du sollst Ehrfurcht haben vor der ehelichen Verbindung. Wo Du Gatten siehst, die sich lieben, sollst Du Dich darüber freuen und Teil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältnis etwas trüben, so sollst Du suchen, es aufzuklären. Du sollst suchen, sie zu begütigen, sie zu besänftigen, ihnen ihre wechselseitigen Vorteile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der anderen fördern, indem Du ihnen fühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauflöslich verbindet. Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr umso ängstlicher, als sie überzeugt war, dass Mittler nicht wusste, was und wo er es sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen. »Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot,« sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. »Alle die übrigen,« versetzte Mittler, »wenn ich nur das rette, worauf die anderen beruhen.« Mit entsetzlichem Schrei hereinstürzend rief Nanni, »Sie stirbt, das Fräulein stirbt, kommen Sie, kommen Sie!« Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und her ging, rief jubelnd aus, »Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz ihrer wert!« Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sofa. Nanni sieht ihre Herrin erblassen, erstarren, sie läuft zu Charlotten, man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei, es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er lässt etwas Kraftbrühe bringen, Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab, was Ottilie heute genossen habe. Das Mädchen stockt, er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen. Nanni erscheint ihm ängstlicher als billig, er reist sie in ein Nebenzimmer, Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Knie, sie gesteht, dass Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Stadt genossen. Verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebärden ihrer Gebieterin und auch, setzte sie unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschmeckt. Der Major und Mittler kamen herein, sie fanden Charlotten tätig in der Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewusst, wie es schien, in der Ecke des Sofas. Man bittet sie, sich niederzulegen, sie verweigert's, winkt aber, dass man das Köfferchen herbeibringe, sie setzt ihre Füße darauf und findet sich in einer halbliegenden, bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Gebärden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl. Eduard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, fasst ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Tränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus, soll ich deine Stimme nicht wieder hören? Wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurückkehren? Gut, gut, ich folge dir hinüber, da werden wir mit anderen Sprachen reden. Sie drückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an und nach einem tiefen Atemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen, versprich mir zu leben, ruft sie aus, mit holder, zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich verspreche es, rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach, sie war schon abgeschieden. Nach einer tränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei, Eduards Zustand war zu bejammern, wie er sich aus seiner Verzweiflung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf, Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden, denn sie sei nicht tot, sie könne nicht tot sein. Man tat ihm seinen Willen, indem man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht, sie zu sehen. Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanni von dem Arzt ist heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntnis genötigt und nach dem Bekenntnis mit Vorwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sein. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man musste sie einsperren, weil sie wieder zu entfliehen drohte. Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Verzweiflung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück, denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiss, dass er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, dass Ottilie in jener Kapelle beigesetzt noch immer unter den lebendigen Bleiben und einer freundlichen, stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es fiel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, dass sie im offenen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immer brennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben. Man kleidete den holden Körper in jenen Schmuck, den sie sich selbst vorbereitet hatte, man setzte ihr einen Kranz von Asterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Kapelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schmucks beraubt, sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beten weggetilgt hätte. Beim frühesten Morgen wurde sie im offenen Sarge aus dem Schloss getragen, und die aufgehende Sonne rötete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte vorausgehen, niemand folgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letzten Male ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, Kainz blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarsten empfanden. Nanni fehlte. Man hatte sie zurückgehalten oder vielmehr, man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzu bald inne, was vorging, und da ihre Wächterin aus Neugierde den Zug zu sehen sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Türen verschlossen fand, auf den Oberboden. Eben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanni sah ihre Gebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zug folgten. Überirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwankend, taumelnd, stürzte hinab. Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Getümmel waren die Träger genötigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran. Es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf, und zufällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche. Ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Knie vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinaufstaunte. Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude. Ja, sie hat mir vergeben, was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte. Vergibt mir Gott durch ihren Blick, ihre Gebärde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanft. Aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entfalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte. Ihr habt es alle gehört, ihr seid Zeugen, dass sie zu mir sagte, dir ist vergeben. Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch, sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen und niemand kann mir mehr etwas anhaben. Umhergedrängt stand die Menge. Sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder und kaum wusste jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe, sagte das Mädchen. Sie hat das Irige getan und gelitten und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanni folgte zuerst und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle. So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes, eichenes Behältnis eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig da lag. Aber Nanni wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen. Sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte dies so eifrig und hartnäckig, dass man ihr nachgab, um ein größeres Gemütsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten. Aber sie blieb nicht lange allein, denn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht sein volles Recht ausübend einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Türe und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Wände bei so mildem Schimmer, altertümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegendrang. Nanni saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich, aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herren und so stand er auf der anderen Seite in jugendlicher Kraft und Anmut auf sich selbst zurückgewiesen, starr in sich gekehrt mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entseelten hingeneigt. Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillkürlich geriet er jetzt in die gleiche Stellung. Und wie natürlich war sie auch diesmal. Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt. Und wenn dort Tapferkeit, Klugheit, Macht, Rang und Vermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden, wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten, in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen wurden, so waren hier so viel andere stille Tugenden von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerufen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt. Seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermisst. Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang. Als sie ihm aber die Tränen häufig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, dass er, über den Fluss ihrer Rede erstaunt, sich zu fassen vermochte und seine schöne Freundin ihm in einer höheren Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Tränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich. Knieend nahm er von Ottilien mit einem herzlichen Händedruck von Nanni Abschied und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben. Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Mutes. Er war auf mancherlei Verirrungen gefasst, er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von anderen solchen Erscheinungen sprechen, aber sie war natürlich ruhig und sich völlig selbstbewusst. Sie erinnerte sich vollkommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängnis, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte, wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe. Der fortdauernd schöne, mehr Schlaf als totähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen und jeder mochte gern aus Nannis Munde das Unglaubliche hören, manche um darüber zu spotten, die meisten um daran zu zweifeln und wenige um sich glaubend dagegen zu verhalten. Jedes Bedürfnis, dessen wirkliche Befriedigung versagt, ist nötig zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanni war durch Berührung und des frommen wieder gesund geworden. Warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier anderen bereitet sein? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgendeinem Übel behaftet waren, und sie glaubten, eine plötzliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genötigt, die Kapelle, ja außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen. Eduard wagte sich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur vor sich hin. Er schien keine Träne mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu sein. Seine Teilnahme an der Unterhaltung, sein Genuss von Speis und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Nur noch einige Erquickungen scheint er aus dem Glase zu schlürfen, das ihm freilich kein wahrhafter Prophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namenszüge, und sein ernst heiterer Blick dabei scheint anzudeuten, dass er auch jetzt noch auf eine Vereinigung hoffe, und wie den Glücklichen jeder Nebenumstand zu begünstigen, jedes Ungefähr mit Empor zu heben scheint, so mögen sich auch gern die kleinsten Vorfälle zur Kränkung, zum Verderben des Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder. Es war dasselbe und nicht dasselbe. Er vermisst ein kleines Kennzeichen. Man dringt in den Kammerdiener, und dieser muss gestehen, das echte Glas sei unlängst zerbrochen und ein gleiches auch aus Eduards Jugendzeit untergeschoben worden. Eduard kann nicht zürnen, sein Schicksal ist ausgesprochen durch die Tat, wie soll ihn das Gleichnis rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen, er scheint sich mit Vorsatz der Speise des Gesprächs zu enthalten. Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach, sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was bin ich unglücklich, dass mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt. Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir pein. Und doch um dieser Seligkeit willen bin ich genötigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muss ihr nach, auf diesem Wege nach. Aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrertum. Was sollen wir bei diesem hoffnungslosen Zustande der ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Eduards Angehörige eine Zeit lang hin und her wogten. Endlich fand man ihn tot. Mittler machte zuerst diese traurige Entdeckung. Er berief den Arzt und beobachtete nach seiner gewöhnlichen Fassung genau die Umstände, in denen man den Verblichenen angetroffen hatte. Charlotte stürzte herbei, ein Verdacht des Selbstmordes regte sich in ihr, sie wollte sich, sie wollte die anderen einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen, doch der Arzt aus natürlichen und mittler aus sittlichen Gründen wussten sie bald vom Gegenteil zu überzeugen. Ganz deutlich war Eduard von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er bisher sorgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig gebliebene in einem stillen Augenblick vor sich aus einem Kästchen aus seiner Brieftasche ausgebreitet, eine Locke, Blumen in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blättchen, die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entdeckung mit Willen preisgeben. Und so lag denn auch dieses vor kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Herz in unstörbarer Ruhe. Und wie er in Gedanken an die Heilige eingeschlafen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Platz neben Ottilien und verordnete, dass niemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde. Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule, für den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen. So ruhen die Liebenden nebeneinander. Friede schwebt über ihrer Städte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab. Und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.